Es ist der 21. Februar 2022 und ich bin allein in Chicago unterwegs. Melina hat keine Lust auf Architektur und Kunst, sie will heute nichts sehen, braucht Zeit für sich und bleibt in der Unterkunft. Mit Acht und Orange Line in die Stadt, Brutstätte großer moderner Architektur. Hier gibt es endlich Widerstand, Gegensätze, neu und alt, verspielt und geradlinig, erinnert an Fritz Langs Metropolis. Hier schaue ich, bin offen, fahre nicht durch amerikanische Kitschfassadenstädte, sondern durch eine Metropole, die sich den Titel schon früh erkämpft hat. 27 Millionen strömen zur Weltausstellung 1893, in der sich Chicago aus den Trümmern des großen Feuers neu erfindet. Die Stadt zeigt, sie protzt und setzt gerade in Sachen Illumination einen neuen Standard. Die Welt staunt, bevor sechs Jahre später der Eiffelturm die Ausstellung in Paris prägen sollte. Architekten der Chicago Schule schufen Ende des 19. Jahrhunderts die ersten Hochhäuser, die trotz ihrer Verspieltheit immer noch häufig den modernen, höheren Zeitgenossen die Schaus stehlen. Frank Lloyd Wright schuf mit seinem Präriestil Anfang des 20. Jahrhunderts Gebäude fürs moderne Stadtleben, die auch heute über 100 Jahre später noch als modern bezeichnet werden können. Paul Före, der Stadtleben ist in der Stadtleben, der Stadtleben ist in der Stadt der Stadtleben. Anweschläge zu verhindern sich die Schauspielerung im Dorf, der Stadtleben ist in der Stadtleben, die wir heute über 1000 Jahre später nochmals bezeichnet werden. Wie gesagt, wie die Wälder der Stadtleben ist, die Stadtleben sind in der Stadtleben ist in der Stadtleben, die in der Stadtleben sind in der Stadtleben sind. Ich besuche das Chicago Institute of Art, sitze im Untergeschoss zwischen Fotografien und Restrooms und schreibe. Heute nehme ich mir Zeit für Orte, entschleunige, schaue, nehme auf und verarbeite. Harold Eugene Edgerton begann 1932 Milchstropfen zu fotografieren und mit Blitzlicht zu experimentieren. Es brauchte 20 Jahre, um dieses Foto zu machen. Milktrop Coronet. Das ist eine japanische Gottheit, symbolisiert die Kraft der Weisheit, die wiederum Ignoranz penetriert und das Böse zerstört. Es wird sich nie verändern, hauptsächlich Frauen, oft zu zweit sind in Kunstmuseen unterwegs, gefolgt von Paaren und Familien. Woran liegt es, dass Männer offensichtlich weniger Sinn darin sehen, sich von gutem Design, von Form, Farbe und Funktion, von Format und Symbolik berühren und inspirieren zu lassen? Alles wiederholt und erneuert sich. Kultur wird lebendig gehalten. Vielleicht sind diese grundlegenden Quellen der Inspiration vielens abstrakt. Es müssen eigene Gedanken hineinfließen, um daraus etwas zu schaffen. Der Großteil der Menschheit, mich oft einbegriffen, mag es gut vorverdaut und mit etwas Gewalt und Sex gewürzt. Als Film, Serie oder Videospiel. Das lässt sich dann hervorragend und energieschonend täglich konsumieren. Oder Lisk ist so realistisch, dass der Autofokus meine Kamera Vorder- und Hintergrund unterscheidet. Ihr Blick in Dressing ist so tiefgehend, dass man ihre Situation nachfühlen kann. Die Lichtstimmung in The Song of Lark erinnert mich an Nomadland und tausend andere Filme. Die Szene in Still Life with Dead Game schafft so viele Details und Geschichten. Wie die kämpfenden Hähne beobachtet von einer Katze oder der Taschendieb, der sich am linken Bildrand an der Tasche des Händlers versucht. Mir läuft die Zeit davon. Die eingeplanten zweieinhalb Stunden reichen nicht aus, um alles zu sehen. Ich muss weiter. Chicago wartet. Drich Drossen Dimm3 Dimm3 Dimm4 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 Dimm3 Dimm3 Dimm4 Dimm3 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 Untertitelung des ZDF, 2020